Heute geht es um Be Real und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 82. Der Online-Geister aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Genau, das ist auch eine große, große Zukunft. Zumindest hat man sich vor kurzem dafür entschieden, dass Zukunftszentrum deutscher Einheit und europäische Transformation, so der volle Titel, hier in Halle an der Saale in der Nähe des Hauptbahnhofs anzusiedeln. Ist eine größere Meldung für die Region. Ich finde es einfach eine coole Nachricht. Schauen wir mal, was draus wird in der Praxis, weil halt eben vieles von, was ein Zukunftszentrum sein soll, noch nicht so ganz ausgehämmert ist. Das ist also ein Pilotprojekt, auch ein bisschen, aber schöne Nachricht. Zukunft ist ja erstmal gut. Ja, Zukunft auf jeden Fall. Und für unsere Hörerinnen da draußen auch eine kleine Zukunftsmeldung in meiner ganz eigenen persönlichen Sache. Ja, bei mir kündigt sich auch Zukunft an und zwar Ende April, Anfang Mai werde ich Papa. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und das heißt einfach in der Praxis, es kann sein, dass ich jetzt im Laufe des Jahres vielleicht nicht ganz so zuverlässig immer live mit dabei sein kann. Vielleicht machen wir auch mal eine aufgezeichnete Folge oder ich schalte mich mal aus dem Homeoffice dazu. Müssen wir einfach mal schauen, wie es in der Praxis läuft. Ich glaube, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die Eltern sind oder Eltern gut kennen, werden da vollstes Verständnis für haben. Das ist eine Riesenänderung, die mich bestimmt auch wahnsinnig freut. Ich freue mich und ich werde nicht ein Papa. Also freuen auf jeden Fall. Aber ich bin auf jeden Fall freudig gespannt. Ich habe auch schon extrem viel vorbereitet. Aber es gibt ja immer so Unwägbarkeiten, wo man einfach nur hoffen kann, dass sich Dinge gut entwickeln in der einen wie anderen Hinsicht. Ich werde den Job machen. Ich werde ihn hoffentlich auch gut machen. Das muss das Kind dann später entscheiden. Aber einfach nur als Hinweis für unsere Hörerinnen. Ich werde die nächsten Monate halt eben in anderen Umständen, wie meine Frau ja schon seit Ewigkeiten jetzt gerade ist. Sie macht ja die eigentliche Arbeit. Ich bin nur helfende Hand nebenher. Aber bloß als Hinweis für alle. Genau. Aber was ich sagen wollte, ist insofern sicherlich Verständnis für. Hoffen wir mal. Also schreibt uns gerne zurück. Auch gerne, wenn ihr dann da mal gesagt habt. Oh nee, Christian, ich habe gar kein Verständnis für. Du musst dabei bleiben. Online-Geist ist wichtiger als dein Kind. Ja, genau. Online-Geist ist ja schon sieben. So sind die nicht. Ja, Online-Geist ist ja schon fast sieben. Die wird eingeschult, ne? Ja, Online-Geist ist jetzt fast... Unser Ogi Online-Geist ist jetzt schon im Grundschulalter, genau. Okay, aber... Ja. Eigentliches Thema. Online-Geist, Thema der Sendung. Und wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung bei online-geist.com, socialmediastatistik.de und bei der DR Seminar Mediathek. Wobei wir heute vor allem praktisch an die Sache rangehen möchten, denn wir testen Be Real. Jetzt werden wir echt hier. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch schon die große Frage, was ist ein Be Real eigentlich? Also neue Social-Media-Plattform wird so als der nächste TikTok-Killer gehandelt. Also so wie laut der internen Mythologie bei uns Social-Media-Expertinnen der Facebook-Killer via Instagram. Der Instagram-Killer war ja TikTok gewesen oder erst mal Snapchat und dann kam ja sehr schnell TikTok danach. Und der TikTok-Killer soll jetzt Be Real sein. Das ist so diese interne Chronik der Ereignisse, ob es so kommt oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema, ob sich die Plattformen auch so halten können, wie sie mal angepriesen wurden. Ja, aber... Es ist kurz, ganz kurz, und das Nachfolgethema rein, relativ schnell nach TikTok. Also aus meiner Empfindung her hat TikTok schon eine ziemlich große treue Fangemeinde mit ziemlich vielen Content-Creatoren, die da ihr Ding machen. Wenn die jetzt, glaube ich, alle auch auf Be Real wechseln, dann könnte das gut im Kommen sein. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt so viele Leute, wie gerade bei TikTok sind, das jetzt anschauen werden. Aber hat man, glaube ich, früher immer gedacht, wenn was Neues kam. Das wird es, glaube ich, nicht schaffen. TikTok ist zu groß. Und nächstes Jahr kennt keiner mehr TikTok. Alle sind bei Be Real. Das war so ein bisschen bei Instagram, ja gut, auch so ein bisschen, aber vor allem bei Snapchat die Geschichte gewesen. Das war so ein kometenhafter Aufstieg. Dann hat ja Instagram die wichtigsten Features, diese Story-Funktion hat eben von Snapchat, einfach geklaut, kann man so sagen. Und dann halt eben dadurch diesen kometenhaften Aufstieg aufgehalten. Das ist bei TikTok gerade ähnlich. Das ist bei Instagram die Reels-Funktion geworden. Und das ist halt eben die Frage, wie lange dauert es, um bestimmte Features zu klauen. Ich meine, Clubhouse wurde ja während der Pandemie, also Audio-Chatroom, auch so als der Next-Hot-Shit beschrieben. Und dann gab es ja auch ganz, ganz schnell entsprechende Funktionskopien. Und das ist jetzt halt eben auch bei zum Beispiel Be Real die Frage, wann kommt da das Nächste? Denn, Christian, du hast ja schon mal mit Be Real ein bisschen auseinandergesetzt. Was ist eigentlich der Funktionskern überhaupt? Tatsächlich, als es angefangen hat, das ich erst mal von gehört habe, habe ich es mir mal angeschaut. Und da ich ja zwischen auch ein Smartphone habe, jetzt nicht mehr komplett mit Tastenhandy rumgehe, um runtergeladen und geguckt. Und der Hauptverkaufspunkt oder das Hauptgimmick von Be Real ist eben, dass du zu einem zufälligen Zeitpunkt an einem gegebenen Tag eine Nachricht bekommst von Be Real. Jetzt ist dein Be Real-Moment. Mach sofort eine Aufnahme. Hast zwei Minuten Zeit oder so, um das, was gerade vor dir ist, zu fotografieren. Und dann auch noch ein Foto von dir selbst zu machen, wie du da gerade drauf bist. Und dann noch Kommentare zuzuschreiben und das dann rauszuschicken in die Welt, an deine Freunde, an deine Follower. Guck mal, da bin ich gerade. Ich bin hier gerade echt nicht gestylt, nicht geschminkt, nicht geprobt. Bumm, das mache ich gerade. Der Kerngedanke bei Be Real ist ja vor allem noch nicht mal unbedingt Follower in dem Sinne zu haben, sondern wirklich eher so ein Kontaktkreis, Kontaktnetzwerk wie früher auch. Denn Be Real, da kommt ja auch schon dieser Name an sich mit her. Es geht halt eben darum, wieder echt authentisch zu sein. Ja, Goblin Note. Genau, deswegen sind auch Bildbearbeitungen oder so Aufhübschungen, wie man das jetzt ja von Instagram seit Jahren und Jahrzehnten inzwischen schon fast kennt, ist bei Be Real eher verpönt, beziehungsweise stellenweise auch gar nicht möglich. Deswegen nehme ich auch diese Einschränkung. In der App selbst, glaube ich, gar nicht mit drin. Du müsstest dann ein separatem Foto irgendwie reinbasteln. Genau, und das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit Sachen hochladen, wenn es halt eben die App gar nicht ermöglicht. Weil der Kerngedanke ist halt eben, wie du es gesagt hast, mit diesen zwei Minuten zufällig am Tag. Ich mache mit der App ein Foto. Bumm, das mache ich gerade. Genau, einmal mit der Front, einmal mit der Rückseitenkamera. Und dann halt eben genau das, was man jetzt gerade macht. Man hat wirklich nur diese zwei Minuten Zeitfenster. Und dann, wenn nicht, Pech gehabt halt für den Tag. Also man kriegt auch eine kleine Warnmail. Ich glaube, das war eine Push-Benachrichtigung einfach. Genau, die kann man natürlich auch ausschalten, wie jede App-Benachrichtigung. Aber das geht irgendwie gegen den Sinn von Be Real. Und ich hatte den Eindruck, dass es sich schon daran orientiert, an den Tageszeiten deiner Zeitzone, wo du dich gerade aufhältst. Weil, keine Ahnung, nachts um drei, da wird kaum jemand ans Handy gehen. Nur Be Real selbst ist auch wirklich noch verdammt jung. Die sind 2020 überhaupt erst gegründet worden. Und in dem Fall, muss ich mal sagen, als eines der wenigen nicht aus den USA kommenden sozialen Netzwerken. Also Be Real ist in dem Fall, da kann ich wirklich auch mal als externer Datenschutzbeauftragter sagen, Be Real ist in dem Sinne okay, es kommt aus Frankreich. Ja, Sitz in Paris ist definitiv EU-Land. Er hat ja alle geltenden Rechte, die es ja schon auch halten muss. Genau, in der Privacy-Policy von Be Real haben wir auch rausgefunden, also die haben ihren Sitz, da können wir auch gerne nochmal exakt genau schauen, wo die sind. Aber halt eben in Paris, in Boulevard de Sébastepole, Nummer 30. Können wir vorbeischauen, also in der Nähe des Seines. Wirklich mitten im Zentrum. Ja, in der Nähe des Seines, bei der Saint-Chapelle, beispielsweise der Notre-Dame-Kathedrale, so in halbwegs Sichtreichweite. Also wirklich auch zentral Paris an der Stelle. Also wirklich Frankreich, damit ja EU-Mitgliedsland und damit DSGVO-Machtbereich. Also insofern können wir da vom Datenschutz einfach aufgrund des Unternehmenssitzes schon mal sagen, okay, das ist schon mal safe. Das funktioniert, das läuft. Und nur für die, die es interessiert, die Be Real betreibende Unternehmung ist auch Be Real bezeichnet und eine... Ja, SAS, ich probiere es mal, ich hatte kein Französisch in der Schule, Société par Action Simplifée, eine vereinfachte Aktiengesellschaft. Genau, das ist nach einem französischen Recht so ein bisschen ein Mix aus einer GmbH und einer AG, weil man es jetzt aus deutscher Perspektive betrachten würde. Den Vergleich haben wir da nicht, aber SAS ist, glaube ich, immer ein Begriff. Viele Unternehmen aus Frankreich, die in der Nationalität sind, sind auch eine SAS. Ja, ich habe nochmal das Englische da durchgelesen, da wird es mit einer Limited Liability Company verglichen und das wäre in Deutsch dann halt eben eine GmbH-Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Nur wenn es so ein bisschen im Hintergrund interessiert, aber das hat eben die Betreibergesellschaft und wie gesagt 2020, also jetzt knapp über drei Jahre beziehungsweise noch nicht mal alt, hat sich relativ schnell dann ab 2022 entwickelt, weil die haben zum einen ein paar Finanzierungsrunden bekommen, also mehrere Millionen Euro Beträge, um halt eben ihr Startup zu entwickeln. Und da gab es dann halt eben auch verschiedene Werbung, die halt im Zuge dessen dann auch mitgeschaltet wurde, wodurch BeReal dann wirklich vor allem auch bekannt geworden ist. Aktuell sind wir so bei Nutzerzahlen gar nicht so groß aufgestellt. Da geht es vor allem jetzt erst mal so um Download-Charts beispielsweise. Hier stand August 2022, wurde die App rund 26 Millionen Mal heruntergeladen. Mit 22,6 Millionen Downloads kommt der Großteil der User aus Apple App Store an der Stelle. Also gibt es inzwischen für beides Android wie auch Apple, also eine klassische Desktop-Funktion oder sowas, gibt es da noch nicht zumindest. Also BeReal ist auch eine reine App-Anwendung an der Stelle. Wie gesagt, aus Europa mal kommt. Ja, und boah, die Kameras. Also theoretisch könnte man ja auf dem PC auch mit dem Webcam nutzen, aber ja, alles andere geht natürlich auch auf dem PC. BeReal geht wirklich nur am Smartphone. Genau, vom Inhaltlichen übrigens auch so eine klassische Social-Sharing-Plattform, wie wir das zum Beispiel bei Fotos mit Instagram, bei Audio mit Podcast oder Spotify als ein Beispiel kennen oder bei Video mit YouTube und Co. Oder halt TikTok, der Hauptvergleichspunkt. Ja, genau, TikTok bei Kurzform-Videos dann. Also wo halt eben der Schwerpunkt drin liegt, halt eben Inhalte zu teilen. Aber bei BeReal hat wirklich eher so ein Fokus halt wieder so etwas mehr auf Privatsphäre gehend, als es jetzt bei zum Beispiel TikTok, Instagram und Kurs, wo es ja wirklich so in die Öffentlichkeit geschossen wird. Also so ein bisschen wie bei Snapchat, das längere Zeit war, wo es ja auch eher dieses so Miteinander-Privat-Inhalte teilen, also halt entweder einander schreiben, beziehungsweise halt eben im persönlichen Bekanntenkreis, im Netzwerk. Denn bei Snapchat war es ja auch lange Zeit ein Problem gewesen, also im Sinne von Problem, halt eben andere Nutzer zu finden, wenn man nicht deren Snapcodes oder Nutzernamen hatte. Und bei BeReal ist das so ein ähnlicher Fokus, eher wieder so ein bisschen auf das Innere, auf das Private, auf das Persönliche. Deswegen hat ja BeReal-Namen. Keine große Follower-Schaft, sondern eher hier dein Freundeskreis, den du eh schon kennst, den ihr einen Blick geben. Es gibt allerdings auch, weil keiner meiner Freunde hatte, BeReal zum Teil, als ich es ausprobiert habe, man kann auch sich generell so ein Feed angucken, hier, was machen gerade weltweit verschiedene Leute. Und da komme ich dann zum ersten Kritikpunkt, den ich im Prinzip habe. Es ist sehr wenig spannend. Im Gegensatz zu Instagram, wo sie alle irgendwie aufregend präsentieren, bei TikTok, wo Leute lustige Ideen haben, die sie dann als kurzes Video verpacken, ist halt BeReal, siehst hauptsächlich Leute, die irgendwo auf der Couch sitzen, im aufregendsten Fall vielleicht bei irgendeinem Café sitzen. Und vielleicht sind die gerade an spannenden Punkten, du siehst, ja, die gucken sich schicke Bäume an oder so, aber es passiert halt irgendwie nichts. Und dann kann man halt reagieren mit, ja, oh, schickes Wohnzimmer. Ey. Und ich habe eben das Problem, da ich entweder von zu Hause aus arbeite, im ständischen Nebenjob oder im Seminar sitze, im Seminar habe ich das Handy in der Regel aus. Und selbst wenn, mache ich dann ein Foto vom Seminarraum von anderen Studierenden. Da musst du sowieso urheberrechtlich schauen. Ja. Oder auch halt eben bestimmte Räume beziehungsweise andere Leute fotografierst. Habe ich dann nicht gemacht. Oder wenn ich auf Arbeit sitze und die Nachrichtigung kommt und ich habe vor mir den Bildschirm mit Leuten Kundendaten, da darf ich auch kein Foto von machen. Also wir schauen uns BeReal gleich auch nochmal live an. Ich habe mal eine jungfräuliche Variante auf dem Handy drauf installiert, dass wir dann wirklich mal so von Anfang an uns das dann anschauen können. Aber das nach unserer ersten Pause. Was ich auf jeden Fall so mitbekommen habe, also ja, ich gehe auf jeden Fall mit, mit einer Aussage. Könnte halt eben schwierig werden, deine kritische Nutzerschaft zu gewinnen, weil in Anführungsstrichen passiert nichts. Aber das kann auch wieder ein spannender Gegenentwurf sein. Da habe ich nämlich auch, das haben wir auch bei unseren Hausmeistereien ja mal darüber berichtet, wo dann Leute schon wieder Tamler toll finden, weil da gerade nichts passiert. Da wurde ich so schön entspannt und ruhig. Da könnte BeReal vielleicht so ähnlich wie Pinterest beispielsweise so eine Oase der Entspannung werden. Ich habe mir vielleicht eher gedacht, so geht es in Richtung wie, das bringt die Leute mehr dazu rauszugehen und spannende Sachen zu erleben. Ich mache jetzt mal lieber, ich gehe jetzt mal raus in den Park spazieren, wo gerade eine Show stattfindet, statt hier zu Hause umzuhocken, falls meine BeReal-Benachrichtigung kommt, dass ich etwas Spannendes zeigen kann. Ja, so ein bisschen wie Pokémon Go damals, wo es auch gesagt wurde. Es hat ja sehr viele Leute dann zum Laufen, sich bewegen und sowas animiert. Er hat übrigens auch für alle Details gerne nachhören unsere Folge Nummer 3. Ganz, ganz uralt, aber soweit ja auch. Die Leute spielen immer noch Pokémon Go. Es funktioniert immer noch. Ja, also ich bin immer daran erinnern, wir haben vielleicht unseren kleinen winzigen Anteil mit daran gehabt, aber nee. Ein kleines Pokémon, die brauchen unsere Hilfe. Aber zu BeReal einfach nur, wir schauen uns da gleich nochmal die Details an, aber Tristan. Ja, genau. Details habe ich nicht. Ich war Ende letzten Monats endlich wieder auf einem Konzert, ich glaube mein erstes seit der Pandemie. Haken und Between the Buried and Me sind aufgetreten und Haken haben ihr neues Album vorgestellt am Anfang des Monats erschienen ist und daraus jetzt ein kleiner Happen, ein Liebeshappen, nämlich das Lied Love Bite. Von Haken. Haken mit Love Bite vom neuen Album Taurus, Anfang des Monats erschienen. Hört doch mal rein, wenn ihr Progressive Metal mögt. Das Konzert war auf jeden Fall sehr geil. Später mehr dazu, aber jetzt wieder zurück zu BeReal. Wir werfen jetzt einfach mal wirklich einen Blick auf BeReal. Ich habe mir hier auf einem Android-Smartphone einfach mal BeReal drauf installiert, habe da überhaupt noch gar nichts bislang mitgemacht und wir führen euch jetzt einfach mal live hier in der Sendung durch die einzelnen Funktionen durch. Also generell erstmal, die App selbst kommt relativ simpel daher, man hat einfach eben BeReal, weißer Text auf einem schwarzen Hintergrund, sonst nichts. Also ziemlich simpel. Es hebt sich aber gut ab, weil irgendwie gefühlt auf meinem Handy sind alle Apps irgendwie blau und ich muss erstmal mal raten, ist das jetzt Telegram, ist das jetzt Twitter, ist das jetzt, Facebook habe ich nicht mehr, aber war alles erstmal irgendwie Symbol auf blauem Hintergrund. Da finde ich den Text auf schwarz so aus Leihensicht erstmal, okay, das hebt sich ab, das ist BeReal. Ja, also sehr simplifiziert an der Stelle. So, dann mal drauf gedrückt. Lädt kurz und ja, hier wird gleich eine Benachrichtigung pro Tag, so ein kurzes Intro an der Stelle. Ja, Zeit, also oben gibt es so einen kleinen Hinweis mit so einer pushartigen Info, wie das dann aussehen könnte. Zeit für BeReal. Du hast zwei Minuten Zeit, um deinen BeReal zu posten und zu sehen, was deine Freunde machen. Dann hat eben ja eine Benachrichtigung pro Tag, unten so ein Weiter-Button. Mache ein Bild und teile es innerhalb von zwei Minuten. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und alle deine Freunde posten zur exakt selben Zeit. Ah, das war mir nicht klar, weil ich, wie gesagt, keine Freunde an BeReal hatte. Alle bekommen zur exakt gleichzeitig die Benachrichtigung und nach ein paar Minuten sehen dann alle, was alle gerade machen. So ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Genau, tausche dich mit deinen Freunden aus. Das wird jetzt hier im Zuge von irgendwelchen Benutzerfotos, wo dann halt so ein Smiley dazu gesetzt ist. Also ähnlich wie man das jetzt bei Instagram, Twitch oder sowas kennt, wenn irgendjemand auf so ein Herz hin drückt, dass er es dann so ein bisschen aufploppt und so hochfliegt. Vor allem Leistung sieht man das dann immer wieder. Ja, das war jetzt erstmal diese kleine Einführung. Soweit, so simpel, so verständlich, worum es geht, dann beginne jetzt. So, lass uns beginnen. Wie lautet dein Name? Onlinegeister oder Christoph? Ich würde jetzt einfach mal die Onlinegeister nehmen, wenn wir schon bei unserem Podcast sind. So, lautet dein Name Onlinegeister. Klicken wir mal auf Weiter. Hi, Onlinegeister. Wann hast du Geburtstag? Gut, da muss ich jetzt zwangsweise meinen. Ja. Man muss mindestens 13 Jahre alt sein, um BeReal zu nutzen, offiziell, wie bei den meisten deutschen Mediasachen. Genau, und da kann ich auch echt empfehlen, wenn ihr nicht gerade bei sehr, sehr alten Unternehmen arbeitet. Ich habe ja Startups und sowas gegründet. Das ist immer so ein bisschen blöd. Mein ältestes Unternehmen ist meine Agentur Schriftarchitektis von 2011. Also da bin ich jetzt so, glaube ich, hart, hart langsam an der Grenze von Social Media Diensten. Aber ich hatte mal den Fehler gemacht, vor Ewigkeit mich mal bei YouTube für irgendwas anzumelden. Habe dann halt eben das Gründungsdatum des Unternehmens genommen und dann halt eben, nee, du bist zu jung, wir sperren dich erstmal. Habe ich, als ich für meine Band einen Twitter-Account machen wollte. Okay, also Geburtstag und genau, kreiere deinen Account mit deiner Telefonnummer. Also auch wieder Einschränkung, man braucht eine Telefonnummer. Ja gut, da die App sowieso nur auf Handys funktioniert, sollte da eigentlich jede Telefonnummer haben. Ja, aber es ist halt die Frage, ob man jetzt unbedingt die Telefonnummer angeben möchte. Ja, nee, das ist klar. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich dann mit zwei Faktor-Authentifizierung so ein bisschen mitarbeitet, also dass man für mich noch eine SMS oder irgendwas zur Bestätigung bekommt, um einfach als Verifizierung nachzuweisen. Genau, vielen Dank. Ich sende den Code an diese Telefonnummer. Genau, kam auch ein Code an und macht das automatisch. Nee, macht er nicht. Da muss ich nochmal eintippen. Ah, okay, jetzt. Okay, als nächstes dann Benutzername. Da würde ich dann auch einfach nochmal Online-Geist nehmen. Das ist ja dann so ein Klassiker bei Social-Media-artigen Diensten. Man hat einen Benutzernamen und dann hat ihn nochmal einen regulären Namen. Genau, der. So, okay. Schauen wir mal, ob Online-Geist geht, ja. Okay, dann hier, finde deine Freunde. Be Real sucht in deinen Kontakten Freunde, die Be Real bereits nutzen. Deine Kontakte werden nicht gespeichert oder geteilt. Das ist doch schön. Das ist schon mal auch sehr wichtig an der Stelle, weil wieder Datenschutzkonformität. Ich kenne es so von WhatsApp, dass einer einfach alles durchforstet und selbst wenn du Freunde von jemandem bist, der WhatsApp hat, aber selber kein WhatsApp hat, weiß WhatsApp, dass du Freund, ja, oft dauerhaft. Und sobald dann jemand WhatsApp holt, wir kriegen alle Benachrichtigungen, ey, der hat das WhatsApp. Also ich lasse ihn das jetzt mal wirklich kurz machen, dass er mal so ein, von meiner Seite aus, Testkontaktbuch mal durchforstet. Also mich wirst du nicht mehr finden, weil ich ja Biblia gelöscht. Vielleicht wäre ich noch angezeigt, als ich habe mein Konto erstellt, weil ich hätte eine App gelöscht. Da wäre es noch die Frage, wenn man so ein Konto wieder entfernt, ob es wirklich entfernt wird, beziehungsweise wenn man es einfach nicht mehr nutzt, wann es gelöscht wird. Sollte oder nach DSGVO? Weil ich es bisher nicht mehr genutzt habe. Ja, es ist halt einfach nur die Frage, wie sehr sich die Unternehmen auch immer dran halten. Das ist ja nochmal so ein Thema. Ja, hat jetzt erstmal niemanden gefunden. Also dann kommt das nächste. Ich glaube, zu Beginn macht man einen ersten Post, was du gerade machst. Ich hatte jetzt nämlich ja auch gerade so eine Einblendung gehabt. So wird BeReal dich kontaktieren. Da war das so eine entsprechende Push-Benachtigung. Dann ja, BeReal erlauben, Bilder und Videos aufzunehmen. Das ist wieder das Schöne, mit Android und so weiter bei Nutzung der App nur dieses Mal oder gar nicht zu lassen. Im Hintergrund tickt auch schon der Timer von zwei Minuten. Oha. Also sagen wir mal, nur dieses Mal. Und ich gucke jetzt gerade. Ja, ich glaube, das ist neutral für die Frontkamera. Ja, hier ist eine Jingle-Maschine. Was hast du gerade drauf? Da habe ich jetzt einfach nur unseren kleinen Bildschirm und alles mitgemacht. Das sind die Jingles und die Songs, die ich einspiele. Und ja, okay, wir haben jetzt gleichzeitig auch von der Rückseitenkamera, okay, ich glaube, das probiere ich nochmal. Gleichzeitig sogar, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich geselle mich mal kurz zu dir. Ich kusche mal ein bisschen mit dir rüber. Und dann machen wir einmal unsere Jingle-Maschine. Jetzt bin ich vom Mikrofon ein bisschen weg. Ich hoffe los, aber das ist ein Tag. Ja, passt. Okay. Wie soll ich sagen, Fotos und Klick können wir nehmen. Kleiner Sneak-Peak für die Leute, die Online-Geister auf BeReal finden. Ja, ja, Countdown. Aber ich habe noch 58 Sekunden. Ich habe noch zwei Funktionen. Einmal sind zwei Leute zu sehen und einmal ein durchgestrichener Pfeil. Bei den zwei Leuten können wir ja mal schauen. Okay, wähle Publikum aus nur meine Freunde oder Discovery mit allen BeReal-Nutzern. Ja, komm alle, die sollen uns doch finden. Das mit dem durchgestrichenen Pfeil, das könnte vielleicht Geo, genau, Standort. Da können wir ja mal den ungefähren Standort aktivieren. Ich meine, wir sagen ja immer, wo wir sind. Ich meine, und wir sind jetzt ja gerade im Studio von Radio Koks, das sind öffentliche Informationen, insofern passt. So, auch wieder nur dieses Mal akzeptieren. Okay, und dann klicken wir mal auf Senden. Okay, wir haben ja hier noch eine Beschreibung an der Stelle, die ich hinzufügen kann. Test von BeReal bei den Online-Geistern und Radio Koks. So, das dürfte mich, das würde natürlich wesentlich besser geben, wenn ich mich nicht verdienen würde. So, okay. Okay, sieht richtig aus und ich glaube, weiter war da jetzt nichts gewesen. Ja, schaut doch mal nach, ob ihr Online-Geister bei BeReal findet. Genau, scheint jetzt rausgegangen zu sein. Ah, man kann sogar auch Freunde zu BeReal einladen. Es gibt auch einen Link. Also eine Webseite ist möglich, das wäre dann bere.al für den schlechten Wortwitz an der Stelle. Das machen ja viele Webseiten. Ja, YouTube.be. Ja, also YouTube.be, genau. Oder viele Aktiengesellschaften machen auch gerne .ag oder itunternehmen.it. Naja, lassen wir es. Fernsehsender mit .dv. bere.al schrägstrich online Geister. Ach so, so simpel, kein Code. Nein, nichts weiter. Und your friends for real. Da werde ich einfach nur auf die BeReal Startseite und bitte ladet die App runter, weitergeleitet. Na gut. Was ist für ein Logo, finde ich, sehe ich jetzt erst. Das Logo ist nicht einfach nur BeReal, sondern es ist BeReal Punkt. Krasses Statement. Nicht ohne Satzzeichen, nicht kein Ausrufezeichen, Falszeichen sowieso nicht, aber BeReal Punkt. Und ich bin jetzt auch mal beim Regulären, also man kann die App auch prinzipiell außerhalb dieser zwei Minuten benutzen. Da habe ich jetzt hier einfach eine Übersicht für unser Benutzerkonto. Ich vermute mal, ein Foto kann man sicherlich auch nochmal hochladen, weil bei Online-Gast ist gerade nur ein einzelnes O von einem farbigen Hintergrund als Kreis, aber da kann ich mich später mal mit beschäftigen. Und da gibt es hier noch eine Übersicht, deine Memories, die vergangenen 14 Tage. Was ist da passiert? Genau, und dann hier alle Memories anzeigen. Ah, okay, dann für einen größeren Zeitraum. Aber heute, also am Datenmeer, warum auch mal den Sechsten? Heute haben wir eigentlich den Siebten zum Aufnahmezeitpunkt, aber okay, vielleicht war das nachzüglich für den Sechsten noch und heute kriege ich dann vielleicht nochmal eine Information. Ja, genau, weil ich sage, auch in Amerika ist es schon der Siebte. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der mir hier eine andere Zeitzone reingehauen hat, aber eigentlich müsste der mich synchronisieren mit meinem Smartphone. Das muss ich das exakte Aufnahmedatum in der Sendung sagen. Aber an der Stelle erst mal ganz, ganz simpel gehalten, wie gesagt, be real. Oder kannst du noch Discovery machen? Was haben andere Leute halt so gemacht? Trotz wäre jetzt hier nichts um. Genau, da fährt jemand Zug. Einen Ben, scheint noch ein bisschen jünger zu sein, hab ich da. Ach nee, sich selbst fotografiert oder jemand anders vor sich. Eine Reagan. Fährt Auto. Eine Amanda, die offensichtlich Mama ist oder jemand kennt, die Mama ist. Eine Rebecca mit einer Freundin würde ich mal annehmen. Noch jemand, der Zug muss oder so. Also tendenziell, aber alles eher. Da spricht ja Videospiele. Ach ja, hier, irgendjemand aus was. Telferner, USA, vor 20 Stunden, Masedore, Mace, Mace, Mace Dog oder sowas. College, Seminar. Da sieht das aus wie, ja, irgendein Schulraum oder sowas. Hier genauso, beinahe was. Blues, Clues. Also einer jüngeren Dame, würde ich jetzt sagen, von dem Foto aus. Das sind Noten, also die macht gerade Musik anscheinend. Ja, oder ist ein Musikunterricht oder was auch immer. Aber man sieht, wenn man mal durchscrollt, es sind sehr, sehr viele Schüler momentan. Schwimmbad, genau. Da ist mal jemand im Schwimmbad, das ist mal actionreich. Da guckt jemand im Fernsehen auf der Couch. Ich mag den Kontrast zu dem, was wir jetzt gerade bei Discovery sehen und was auf der BeReal-Seite als Beispiel gezeigt werden. Da fährt jemand ein Snowboard durch krasses Schneegebiet mit einer Skibrille auf und so. Also wirklich mehrere Bilder von Skisport. Und stellenweise sind die Fotos auch komplett verwackelt und ist gar nichts zu sehen. Und da könnte ich mir nämlich auch vorstellen, weil man ja täglich so ein BeReal versenden sollte. Machen sie keine Mühe mehr. Also das beziehungsweise, das ist halt eher darum, geht so ähnlich wie bei Snapchat mit den Streaks, wo du ja so ein Sonderabzeichen quasi in deinem Account mitbekommst. Also diese Streaks, das sind so kleine Flammen, die dann angezeigt werden. Wenn du halt eben tagtäglich mit zum Beispiel deiner besten Freundin dich halt eben austauscht, also wenn ihr halt eben Snaps miteinander versendet, gibt es dann so ein Streak-Abzeichen, demnächst bei Snapchat übrigens auch gegen Geld sich dann erwerben, schrägstrich verlängern kann, wenn man es verpasst hat. Und da kann ich mir ähnlich vorstellen bei BeReal, dass das vielleicht dann so ein bisschen dieser Fokus ist für, okay, durchhalten und regelmäßig was machen. Einfach für den, weiß ich nicht, Wettbewerbscharakter an der Stelle. Da könnte ich mir so ein bisschen den Mehrwert von BeReal vorstellen. Denn inhaltlich die App, wir sind jetzt wirklich schon durch im Grunde. Also so viel gibt es da gar nicht. Man macht ein Foto, man discovert, man tauscht es mit Freunden aus und deswegen ist es an sich auch eigentlich relativ einfach vorzustellen, dass andere Apps das kopieren. Wenn TikTok einfach zu normalen Sachen dir jeden Tag eine Benachrichtigung schicken würde, hier mach mal ein 10-Sekunden-Video von dem, was du gerade machst, ohne Vorbereitung. Das ist an sich auch wirklich nichts Neues. Es hat in großen Stile angefangen, als Snapchat damals populär wurde, so 2016, 17. Ich glaube Anfang 17 war das gewesen, dass dann Instagram auch seine eigenen Stories, da war man ja sehr kreativ gewesen, basierend auf den Snapchat-Stories dann erstellt hat. Da kam ja auch später, kam dann Facebook, kam LinkedIn, kam sonst wer dazu, die dann auch eigene Funktionen gemacht haben, genauso auch bei Clubhouse, die waren ja während der Pandemie kurzzeitig so ein Shooting-Star gewesen und dann kamen ganz, ganz schnell Twitter-Spaces, der Spotify-Greenroom, die Group-Chats bei Facebook oder auch Audio-Chat-Room, das hatte so eine ganz allgemeine Bezeichnung bekommen, wo halt eben diese Features geklont worden sind und solche Copycats gibt es aktuell zum Aufnahmezeitpunkt bereits bei TikTok, da nennt sie das Now, beziehungsweise Nante sich schon, okay, gut, wunderbar. TikTok hat da lange Zeit auch mitgeworben in seiner eigentlichen App, das war nämlich eine separate App gewesen, da hat man dann einfach bei TikTok in der Oberfläche so einen der Buttons mit diesem Now-Logo ersetzt, das ist aber so semi-gut angekommen bei der Community, die waren davon eher genervt gewesen und bei Instagram, die haben im Dezember, also vor knapp vier Monaten, gesagt, wir wollen denn sogenannte Candid-Stories online stellen. Ich habe es bislang noch nicht gefunden in meiner App, also ich glaube, ist es auch noch nicht in allen Ländern freigeschaltet worden, aber man merkt, so die Konkurrenz bringt sich bereits in Stellung. Ja, wir werden dann mal dranbleiben am BeReal, auf jeden Fall, spätestens in der Jahresübersicht am Ende, was ist draus geworden? Ist gewachsen, ist gleich geblieben, gibt es gar nicht mehr. Also wir haben ja auch in unseren Hausmeistereien, in unserer News-Sektion schon immer mal wieder über BeReal so ein bisschen was berichtet, das ist ja so etwas im Hintergrund rauschend immer mal kurz hochgekrochen und heute hat eben so ein erster Deep Dive einfach ins Thema und Punkt. Soll auch reichen, Übersicht ist da, ihr wisst erstmal, wie es funktioniert für alle, die jetzt mal von BeReal gehört haben oder auch noch nicht gehört haben. Jetzt wisst ihr, A, es gibt es, B, wie es allgemein funktioniert und C, was sich draus entwickelt, das müssen wir dann schauen. Heute ging es um BeReal. Schauen wir uns Infografien und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung. gibt es auch monatlich in unserem exklusiven 2-Minuten-Newsletter-Briefing unter onlinegeister.com schrägstrich newsletter. Alle Songs aus der Radio-Folge verlinken wir in der Spotify-Playlist. Und ein Hinweis, eine eigene Sache für unsere Podcast-Hörer, Online-Gerster wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht, also liebt es, teilt es und seid kreativ damit, aber bitte informiert uns. Und dann verabschieden wir uns vom Thema.